Herzlich willkommen bei uns im schönen Schwarzwald. Mein Name ist Jürgen Echle, ich bin 48 Jahre alt und komme aus Bad Peterstal im Schwarzwald. Anfang 2010 habe ich damit begonnen, mit der Kettensäge Skulpturen zu schnitzen. Endlich ein Hobby, das einen idealen Ausgleich zum manchmal stressigen Berufsalltag bietet. Einen tollen Ausgleich zu haben, ist heutzutage sehr wichtig. Falls Sie Interesse an der Kunst mit der Kettensäge haben, schauen Sie doch gerne in meine Bildergalerie auf meiner Homepage. Heute schnitze ich aus diesem Holzstamm ein Schwarzwaldmotiv als Geschenk für das Partnerschaftsfest in Mont Lui. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020